Nachdem sich Georgina Fleur im Sommerdschungelcamp den Sieg geholt hat, bricht ein Shitstorm gegen sie aus. Nach dem Sommerdschungelcamp toben die Zuschauer. Georgina Fleur, 34, konnte sich im Sommerdschungelcamp den Sieg holen. Doch das stößt vielen Übel auf, sie finden, das hat wenig mit einer Siegerin der Legenden zu tun. Schließlich stand das Camp unter dem Motto. Ich bin ein Star, Showdown der Dschungellegenden. Auf Instagram hagelt es böse Kommentare gegen Georgina Fleur. Georgina kann ich es nur gönnen oder sorry, aber Georgina hat man erst in den letzten Tagen gesehen, weil sie nur am Schlafen war. Das hat nichts mit Legende zu tun. Und am schlimmsten finde ich, dass das Ergebnis schon so lange bekannt war, sind nur zwei der bitterbösen Aussagen. Dschungelcamp-Sieger Georgina Fleur wäre beim Telefonvoting als erstes geflogen. Auch, dass die Zuschauer bei der Dschungelcamp-Variante in Südafrika nichts zu melden haben, wird aufgegriffen. So schreibt ein User, und bei einem Telefonvoting, wäre sie als erstes geflogen. Kann sie nun gleich wieder in ihrem tollen Leben in Dubai ausgeben, eine Anspielung darauf, dass die Kandidaten sich untereinander nominiert haben. Wir sind noch eine An brute! Was? Untertitelung des ZDF, 2020